weil ich sie in der sich bekommen zu und zu haben den Zerriss Zauern Lala 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 sagt er wo Heiko ist Prozent ja in der Kirche der Ring ich weiß das bringt nichts da kann ich aber nachher behaupten ich habe vergessen und ich habe nicht mehr recht für dich aufgehört zu ballern auf dem Weg nach guten Tag Heiko oh ist Arnie Jebus Heiko Ach das ist der Mann Tant zu mich Heiko Tant zu mich Bac 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 Tschüsstas Was Doktor hat nen Death Ringer Boah ja klar hab ich den nicht bei Jesus als Jesus hat man doch keinen Death Finger ja er schmeißt mir halt ne nein aber ich dachte er wäre Tee gewesen aber ach so weil er schmeißt mir ne 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 sechs Ich war nicht mal 10, Mann. Ich hab dich nicht mal gehittet, aber du schießt auf mich. Ja, aber du hast doch auf mich geschossen. Ja, aber ich hab dich nicht gehittet, oder? Ah, du schießt auf mich! Das ist endlich mal den richtigen. Ja. Ich hab dich nicht gehittet. Erst nach dem zweiten. Erst nach dem zweiten Schuss hab ich gehittet. Ja, aber den hab ich erst abgesetzt, als ich angeschossen wurde. Ach, nee. Ach, herrlich. Ich musste schon erst in den Raum fliehen, weil da hab ich jemanden umgebracht. Ja, eben. Das dachte ich mir. Ich hab nur Loki gesehen. Ich kann nicht mal sterben hören, aber ich dachte, das wäre Loki. Nein, das war Heiko. Ich hab ihn mit dem MP. Nein, Loki, der jemanden umgebracht hat. Achso. Du. Wo bist denn du? Doktor. Ich bin hier. Ah, Arnie! He, he, jetzt hab ich deine Identität. Was? Arnie ist Jesus! Meine Fresse. Die sind doch alle kaputt. Ich bin nicht der Kirchen-Jesus. Ich bin der andere Jesus? Ich bin der andere Jesus, wenn ich drehe dir den Arsch, wenn er... Ich bin nicht der Kirchen-Jesus. Das war doof. Ich bin der Jesus, der aus der Hölle kommt. Hier ist doch gerade eben jemand gestorben. Okay, die ist neu. Ja, aber du hast ihn nur in die gespielt. ich wusste nicht dass das der game park ist die kirche zum beispiel ist neu der abschnitt gern ist das denn jump run geschafft jetzt belohnt kirchen one up oder so wie geil ist das denn was ist das denn it's really nice ok es gibt noch mario Nein! Wer lebt denn alles noch? Da! Ich glaube Loki nicht mehr so wie es sich angehört hat. Und da nur noch du redest. Und da flog der Spaten. Wo ist Tobi gestorben? Ich habe mich selber umgebracht. Nein! Ich dachte, ich wollte mal... Ich habe mal Anarchist, nachdem ich die Klasse klaut habe. Combustible Lemon! Und wollte dieses Plastik-Sprengstoff. Ich dachte, ich kann den vielleicht irgendwie einstellen, dass er nicht so lange braucht, bis er hoch geht. Da hat sich herausgestellt, die rechte Maustaste draufklicken ist nicht einstellen. Nein, die rechte ist Sprengen. Ja, das habe ich gemerkt. Da habe ich durch die Gegend geflogen. Und Arnie hat fast... Und Arnie hat fast auch mal eine Leiche gefunden. Aber er war halt nicht gesucht. Echt? Ja, du hast das Blut von mir entdeckt. Ich bin genau in dem Raum gestorben. Wo du gesagt hast, da ist doch jemand gestorben. Ich lag nur hinten auf diesen Chips rum. Weil es mich ein bisschen weggefetzt hat. Arnie, warte, ich will auch ein Arnie sein. Du willst ein Arnie sein? Komm her, ich nehme dich mit in den Secret Arnie Raum. Wie geil, hier liegt eine Pizza! Nein! Nein! Nicht mit dem Name besser mich töten! Pizza! Oh, die Pizza ist nun... Ja... Die Pizza ist... Die Pizza ist live! Ja... Ja... Ich habe doch gerade einen Schalldämpfer gehört, oder? Ja, bei mir wahrscheinlich. Okay... Du könnt mich versehentlich nicht umgebracht. Ich glaube, irgendjemand hat gerade nur verschossen. Arnie! Arnie! Come on! Arnie! 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 Arnie hat wohl jemand gerade eben erwischt. Ich weiß schon nicht. Wie ist das denn für'n... Für'n Raum? Ach, Traitor-Tester, okay. Ich habe Heiko gefunden! Du hast Heiko gefunden? Nein! Mit was wurde der da umgebracht? Von dir? Mit was? Habe ich gefragt. Im doch egal. Oh, Fallout 3! Okay. Du Sack! Oh! Ich muss mal anladen! Ah! Der Baum! Warum geht der Baum hier kaputt? Ich wollte... Da hatte der eine Silberpistole rumliegen, aber ich konnte die nicht aufnehmen. Und ich... Seine Tester wegschmeißen. Wahrscheinlich. Hab ich! Hab ich! Aber es ging nicht. Deswegen war ich auch so lange in dem Raum. Ich habe ständig für andere Waffe aufgenommen. Der lag in so einem Waffenarsenal. War ein bisschen schwer. Ich hab... Ich hab Heiko einfach in den Raum gelockt. Nö. Weil er mal die Identität haben wollte. Aha, eine PB-Visum. Nee. Komm Heiko, komm in meinen Raum. Was denn? Ich hab gedacht... Alter, Doktor zerwichtig, er hat irgendwelche... Was? Nein, nein, nein! Scheiße, ehrlich! Kannst doch nicht machen hier sowas. Alle Leute einfach erschießen. Und das vor meiner Nase. Der hat doch funktioniert fast. Nur das Huhn hat mich grad irritiert. Bitteschön. Ich hätte euch noch umbringen sollen mit der Heiligen Handgranate, statt in die Luft zu werfen. Ich hab Tobi bloß in den Kopf geschossen und ich glaub... Bloß! Ich bin grad nicht sicher. Ja! Loki, was bist du nur für ne' Klasse? Jesus. Jetzt nicht mehr. Was? Ich hab' mir die Klasse geklaut. Was? Oder hast du die Klasse noch, Loki? Alter! Loki! Was hat mir jetzt schon wieder passiert? Loki macht Spielchen. Ganz merkwürdige Spielchen. Mit dir? Ja! Das verwirrt mich. Das darf mich trotzdem verwirren. Weil du drauf stehst. Oh! Ich hab' die sinnvollste Klasse überhaupt. Ich bin Jedi. ney! Ja, das war ich net' so ohne auf. Also bislang natürlich u. Nee. er ist gut da hat jemand seine tage kurz aufgabe mit klingelt die ihn so lange weg ist finden ist ja das problem aber okay hier kommt man aus mit wem hat den karteik ich bin ja ja ich dachte mir deine zeit stehen es arsch man doch da ist ein spiel vor der an der ersten amberg Kacke der Scheiße Prozent die Klopfer und Söhne mit dem Ende wir sind weißt du so richtig witziger witz hahaha wir lachen über dich wenn du nicht da bist wie gerade eben also wie immer ja so jetzt mache ich ja noch super wo kommst denn du her ich war hinter dir echt ich hab ich bin hier durchgelaufen du hast mich anscheinend nicht gesehen war dann hier hinter dir und dachte so warum hat er mich nicht gesehen oder was war ich dachte ich suche mein kleines Versteck aber das war ja nicht so gut Noob schießt auf mich also du hast mich nicht umgebracht ich hab dich nicht umgebracht Noob schießt auf die Heiko vielleicht ist es Heiko? Noob Klasse Loki Klasse was soll ich denn gerade eben sagen ich war naja für Doktor hat es gereicht ja das reicht immer für den Doktor kannst auch einen guten Schokoriegel mit der Bombe hinlegen und weg ist er halt die Klappe in der Hand guten Tag wer auch immer gerade eben reingekommen ist bei Arnie leckt ist gar niemand reingekommen? ich bin reingekommen ich hab den Discord mal eben ich wollte mal ausprobieren was das ist ach komm schon Kinder Entschuldigung was hab ich gesagt Schokoriegel und Bombe ich hab mich gerade hinter Loki mit der Golden Deagle und hab auf ihn geschossen Nein das war ne äh Nein das war ne ich hab Dinge geworfen meine Sprengminen die hab ich weggeworfen und gesprengt Toll Tobi hat sch... Tobi du sollst mich immer durch die Gegend sprengen Äh was? Ich hab gerade nen Bug ich bin gerade der Doktor War jemand schon mal hier? Hallo Heiko, hüpfen da rein und achten auf das Geräusch Ähm... Heiko hat sich selbst umgebracht Natürlich hat er das Er hat mit der Golden Gang auf mich geschossen und lass mich raten ich war nichts Traitor Und dann ist er gestorben Wie du warst nicht Traitor? Ja Ich hätt halt gerne so ne ordentlich Waffe aber naja gibt's hier irgendwie nicht Zumindest nicht für mich Alter Kann ich jetzt jemanden heilen oder was? Du kannst ne Heilstation... Du kannst ne Heilstation abwerfen ja Abwerfen Doktor was bist du denn für ne Klasse? Ich war Jesus Du bist Jesus? Ja ich bin Jesus Du kannst ne Heilstation abwerfen Alter ich wollte mit der Thiefgun auf die schießen Schießt du nie auf mich? Also Heiko, warum? Also Heiko, warum? Warum dieser Verdacht? Ich hab dem nicht vertraut Ich hab ihn nicht Das ist jetzt bin ich Farmer Dreckzack jetzt bin ich Farmer Was ist er? Farmer ist er Bauer Er hat mich angeschossen, jetzt ist er Bauer Hast du jetzt ja keine Klasse mehr? Nein, gar keinem Dann hier, krieg ich ein Hühnchen Ja, gib mir ein Hühnchen! Okay Weil sonst alles gut bei euch, oder? Was ist das hier? Das kann man mitnehmen für das Bauer für den Traitor-Tester, glaube ich Hat da jemand auf mich geschossen? Ja, stimmt Nein Doch, sag mal Geh weg Geh weg Aua! Ich hab noch 4 HP Ich sag doch, geh weg Meine, meine Schaufel Aua! Alter, ich treff nix, das ist nicht wahr, Alter Ach verdammt, das bin die ganze Runde schon Loki Hast du da nicht gemerkt, dass ich dein Äußeres angenommen hab? Doch, ich hab mir nichts getan, außer dass ich den Farmer geklaut hab Herr Loki? Ich weiß, und dann bist du wieder mit der Staufel hinterher gerufen Bitte? Hast du mitbekommen, dass ich deine Identität angenommen habe? Nö, ich war Jedi, von daher kannst du mir nichts wegnehmen Nein, nein, ich hab deinen Namen genommen, deswegen Achso Toll, der Klaus den Jedi ist doch scheiße Tut mir leid Habe ich wenigstens alle erwischt? Nein, ich hab nur einen erwischt Ach komm Der Traitor Ey, das gibt's doch nicht Ich dachte, ihr rennt alle rein Nein, der hat nur den Traitor erwischt Ach, scheiße Es tut mir leid, ich dachte, ich erwisch euch alle Das war einfach nur ein random kill Aber ich dachte, ich erwisch euch alle Ich hab einfach die reine Granate in diesen Raum reingeworfen und bin weitergelaufen Ähm, ähm So, mach den Ein Huhn! Doktor Ja Was hast du für eine Klasse? Die Klasse ist lustig, aber sie verleiten einen irgendwie ständig irgendjemanden umzubringen Ach, jetzt geht's wieder Gewöhnliche Küken Du hast jetzt nicht... Tobi, was hast du für eine Klasse? Geh weg! Geh weg! Was hast du für eine Klasse? Geh weg! Run, boy! Sagt sie, geh weg! Au! Tobi war's nicht Ah, nee! Nicht auf mich schießen! Ich hab' ihn glaub' die in Jesus' Klasse geklaut Meine Güte Ich hab' ihn mit schießwürdigen Doktoren Geht nicht kaputt Geht nicht kaputt Ich hab' ihn geht nicht kaputt Gott heißt nie Ich hab' ihn tatsächlich auf mich schießt Werfen Ich hab' ihn aus Ah, schade. Und dafür ist Noob sehr schön gestorben. Ja, voll ins Face. Oh, hier ist eine versteckte Kammer. Ja, wir sind ja doch. War ich vorhin schon drin? Na, Tobi. Immer so 2019. Immer so hinten dran. Ey. Ey, warum? Der schießt da. Der ist wahnsinnig. Ja, war auch ein Traitor. Okay. Tobi schießt auf mich. Ich hätte Vendetta schreien sollen. Das ist okay gewesen. Ich habe dir nur... Ich habe diese komische Waffe da aufgehoben. Diese kleine Pistole. Und dann habe ich einfach hinten mal in den Arsch geschossen und bin weggerannt. Heute ist Traitor sein nicht meins, glaube ich. Generell ist heute Traitor sein. Ja gut, ich habe dir mit der goldenen Diegel in den Kopf geschossen. Also, wer hätte genauso gut von hinten losgehen können? Ja, ja. Oh, du Drecksacke. Woos? Ach so, du hast die Waffe weggenommen. Nein. Nein, die Klasse. Ach so. Wo ist der Doki da drin? Wo ist der denn? Nein! Ich glaube, ich war ein C-Fierer. Nein! Ich habe einfach nur gehört, dass ich über die Tür aufmacht habe. Ich habe gedacht, Tobi läuft da durch. Oh nein. Ich wollte nicht Doki töten. Doktor? Was denn? Ich wollte noch wissen, ob du lebst. Ja, ja, ich lebe noch. Meine Fresse hier. Au. Also, diese Klassen hier verleiten ständig irgendjemand umzubringen. Ja, tatsächlich, ja. Ach so, das ist schlimmer wie früher geworden. Bin ich zum Wicker. Aber ich komme zum Entwickler. was geht denn hier was war denn das jetzt hast du hast du die falle ausgelöst und abgerutscht rein und auf einmal bin ich runtergefallen ja da muss man hüpfen da ist eine spalte hier kennt sich aus da ist eine spalte da musst du hüpfen ja vor freude mit beiden beiden zuerst oh heiko welche klasse hast du meine güte der jesus hat ich gehe da weg loki jetzt habe ich deine klasse was war denn ich bin jedi ach verdammte scheiße aber warum mannow ich wollte ja heiko aber den habe ich nicht mehr gefunden weil er mir meine klasse klauen wollte ich habe dir nur deine identität geklaut Jokatan Jokatan ihr seid kinders 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 eine runde haben wir noch da müssen wir fußball gucken Jokatan ist eine map aus äh ja ich höre ein paar seien Leute vielen dank fürs zusehen wenn es euch gefallen hat Däumchen da lassen Channel abonnieren heiko hauen bis zum nächsten mal macht's gut ciao ciao tschüssi